Los! Dort hinten war der Bär, den wir gesehen haben. Auf der Wiese, unterwegs zum Beinenhaus. Als wir mit unserer Schulklasse runtergelaufen sind, um Spuren zu suchen, natürlich ohne die Lehrerin, hat der Bär uns gesehen, aber er ist auf uns zugerannt und ein paar Füsse im Bett gerannt, schnell. Und ein paar sind mit den Händen vor das Gesicht gegangen. Der Bär Huft von uns war, hat aber die Richtung gewechselt wieder zum Beinenhaus rufen, durch den Wald.